hey ich bin martin und seit zwei jahren glücklicher vater es wird immer gesagt so ein kind verändert alles und das stimmt auch aber es sind nicht die schlaflosen nächte die chaotischen zustände im wohnzimmer oder die veränderungen in der partnerschaft die das vatersein ausmacht vaterschaft ist mehr vaterschaft ist für mich ein ständiges hinterfragen von prioritäten müssen wir wirklich schon nach hause oder wollen wir nicht noch viel lieber durch die pfützen springen muss die wäsche wirklich gemacht werden oder ist ein buch anzugucken nicht gerade viel wichtiger will ich wirklich jeden tag acht stunden arbeiten oder will ich diese zeit nicht viel lieber mit meinem kind verbringen seit ich vater bin stelle ich mir viele solcher fragen und die vaterschaft hilft mir darauf die richtigen antworten zu finden deswegen habe ich mehr als zwei monate elternzeit genommen deswegen arbeite ich in teilzeit um mehr zeit für meine familie zu haben denn vaterschaft ist mehr beim letzten mal auf beim letzten mal auf Vielen Dank.